Willkommen bei ProfiSchnap.de Hier habe ich einen EDV-Fehler für Sie. Was ist denn das? Ein Relax-Sessel aus dem Hause Himmola in Größe S, Small, also ich bin eher fast schon zu groß, ich bin 1,83 Meter, der Sessel ist ideal für alle Personen, die so 1,70 Meter sind oder drunter. Das gute Stück ist ein EDV-Fehler, erkläre ich Ihnen gleich, und heißt 7719. Neu, ein Relax-Sessel, Sessel elektrisch verstellbar mit vielen Funktionen. EDV-Fehler, Kunde bestellt Sessel mit Farbe Nummer 83, Tippse tippt ein 82, falsche Farbe wird produziert oder falsche Größe oder, 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 also irgendwas wird bei der Eingabe falsch gemacht, Sessel wird richtig produziert, wurde aber falsch bestellt oder falsch eingegeben, das nennen wir EDV-Fehler. Ein neues Stück in ganz solider Qualität, hier mit einer Fernbedienung, die so aussieht. Die hat eine Verstellung für den Rücken, für den oberen Rücken, für den kompletten Rücken und hier dann auch noch für das Fußteil. Und damit haben Sie nachher, wenn Sie dann Ihre Lieblingsposition gefunden haben, eine absolute Relax-Position und deshalb heißt es ja auch Relax-Sessel. Füße gehen so hoch, Rücken geht so runter und das Kopfteil kann ich dann auch noch einstellen. Sessel ist drehbar um 360 Grad, sodass Sie Ihre Lieblingsposition wunderbar finden können. Eine schöne hellblaue Farbe, solides Long-Life Rustica-Leder und ganz toll hier unten diese Taste, dann geht nämlich alles in den Ursprung zurück. Dann brauche ich nicht drei Tasten drücken, sondern nur die eine und schon kommt der Sessel wieder hoch. Der schiebt ganz schön. Dabei ist das Stromkabel kein Akku, können Sie aber nachrüsten bei Himmela. Ein tolles Stück zum absoluten Schnäppchenpreis. Vielleicht was für Sie, gerade in so einer atypischen Farbe, weil der Relax-Sessel sowieso allzu list wirkt. Also trauen Sie sich, bringen Sie ein bisschen Farbe in die Bude. Warum nicht die Farbe hellblau? Relax-Sessel Himmela. Schnappen, zieht zu. Und tschüss.